Ich bin der Chung, bin 27 Jahre alt und bin der Co-Founder von Katsu. Ich bin Khan, ich bin 28 Jahre alt und bin Co-Founder von Katsu. Khan und ich wollten schon immer was gründen und die asiatische Küche weiterentwickeln. Das Team ist sehr lustig, die sind jung und sehr motiviert. Ich bin der Luan, ich bin 21 Jahre alt und ich bin Restaurantleiter in Katsu. Katsu ist ein großartiger gia đình, wo wir uns immer sehr lieb haben. Mir macht es am meisten Spaß hier mit jungen Leuten zu arbeiten und zu sehen, wie sie stetig wachsen und aufs nächste Level kommen. Katsu ist sehr gut und sehr heilig. Mir macht es am meisten Spaß, wenn ich die Zufriedenheit meiner Gäste sehe. Das sind top Jungs, zwei junge Kerle, mit denen man auch viel Spaß haben kann. Und noch ein paar Sachen, die wir uns sind, zwei Jungs, sehr dämpfeuert, thông minh und immer wieder in jedem Job. Ich habe keine Frage, ob es nicht alles gibt. Mir gefällt das Team sehr gut, es ist sehr familiär und alle verstehen sich super. Und ich habe auch viel Spaß gemacht mit der Entwicklung neuer Speisen und der Umgang mit meinen Gästen.